Ein dreifach hoch, ein dreifach hoch auf die ganzen Schnellensuche-Spiele gegen ein Fünfer-Team. Yes! Ich sehe schon mal drei Futterkandidaten für mich. So, okay, da bin ich aber gespannt, wer hier gefüttert wird. Oh, wer das Futter ist. Krass, wir haben einen Heiler gekriegt, ne? Wahnsinn, oder? Wow! Ich kann es nicht glauben. Der Öffel öffnet seine Tore in zehn Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Möge die Schlacht beginnen. Der U-Wisser reitet auch auf der Ziegel, Junge. Oh, Mann. Drei Leute top. Das Ende ist klar. Schuttgart. Ja. Macha-la-Huva. So. Das war's für heute. Oh come on Easy Very nice Time for easy game Du hast noch Kälte? Kommt der denn her? Oh jetzt Hardcam Bisschen früh sind schon aber Ah 10 Sekunden zu früh, passt schon Kurz baut er weg Die pushen oben ganz gut Ja die haben das Hardcam viel zu früh gemacht Boah den Kälte hast du Den kriegst du richtig fertig gemacht Na ich wollte nur den Mal farmen Alles gut Ja ne ich bin weg deswegen Ne ist ja gut Ne Solche Pings sind immer gut und wichtig Ich 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 Ja, schön die lebende Bombe gespreadet. Wir sterben doch nur, wir sterben doch nur, geh weg da. Wir sterben doch nur, wir sterben doch nicht. Das Rile hat uns jetzt echt schon ein paar Mal in eine blöde Situation gebracht, muss ich sagen. Boah, mega Klatsche in der Mitte. Das Licht der Sonne in dem Tempel. Komm, Hardcamp, schnell. Schon bald werden sie in meiner ganzen... Nice. 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 Neeee, runter R Das war's für heute. Wo seid ihr denn alle? Na ja, es wurde gepingt, Rückzug und dann haben wir uns zurückgezogen. Okay, ich bin nochmal rausgekommen. Ich wollte gerade so ein Stichys auch kaputt machen, dass da irgendwie keiner mehr ist. Oha. Mitte Schlägerei, Mitte Schlägerei. Nice. Boss. Backend Boss. Geh schon mal hoch bis dass ich da bin, ist Party vorbei Geh schon mal! Ey, weil so viel Stunnen ist einfach easy game, ey. So viel Stunnen ist einfach. So viel Stunnen ist einfach. Komisch, diesmal funktioniert alles, ohne irgendwelche Ansagen oder Pings oder irgendwas. Ja, eigentlich wäre Hardcamp noch cool. Wie der Leoric seinen Cage rausgehauen hat, um Tracer einzufangen. Ja, war gut, ne? Das war der Overhammer. Das ist bestimmt wieder der erste, der im Forum einen Post erstellt, dass Tracer OP ist. Wahrscheinlich. Oh, lol. Oh, sorry. Okay. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Sie wurden getraced hat, das guck's dir an. Ihr seid siegreich. Das wäre echt eine gute Runde, ey. Alter Schwede. Junge, junge, 17 Abholungen, ey. Läuft, was? Ja, aber genau das, was ich auch prophezeit hab, ne? Tracer ist echt Hardcounter zu den ganzen Skillshot-Charakteren. Li Ming, boah. Das sind ja alles Skillshots hier. Stitches, na, Leoric, auch so ein bisschen. Doppeltank auch noch, ne? Kälter ist die lebende Bombe nicht, aber das Liften und Flamestrike ist auch Skillshot, ne? Ja, ja. Das ist schon ein richtig harter Counter. Du blinkst um den Kälter und Li Ming rum und machst sie einfach fertig. Ich hab mal gedacht, das ist alles, das ist ne Futterrunde, das hab ich vor der Runde gesagt. Ja, ja, das ist echt so, ja. Du hast es doch gesehen, wie oft ich die einfach weggefuttert hab. Ja. Bis zum Glück, der Kälter ist hier.